Haltet durch, Männer! Lasst sie zurück! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Ja, sofort! Haltet durch, Männer! Schnell! Für die Freiheit! Schließt die Reihen! Okay, Heilungssachen. Welche Stufe hat meine göttliche Heilung? Die hat schon 10, also brauche ich die nicht mit reinnehmen. Auf meinem Befehl! Mir nach! In die Schlacht! Die Rune wird ausgeführt! Auf mein Kommando! Fähr die Rune! Kistenmäßig habe ich schon alles. Jetzt die Frage, ist das Lager in dieser Richtung offen? Ja, ist es. Dann gehen wir erst mal oben am Strand entlang. Also ich werde erst die ganze Karte säubern, bevor ich die Quest mit den Drachen annehme. Also vom Zwergengeist. Auf mein Zeichen! Sofort! Da finden wir nämlich auch Kisten mit Zeug, das wir dann verkaufen könnten. Also ja, ich sollte wirklich gucken, dass ich ein bisschen Ordnung in meiner... Waffensammlung halte mal. Ach, hier unten ist alles ruhig irgendwie. Mehr nach! Sind nur die Jungs da? Vielleicht droppen die auch in ihrs Ring? Das wäre nett. Ja, sofort! Mir nach! Schnell! In die Schlacht! Achtung! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Nö, nur ein paar dunkle Beinschienen. Mir nach! Und los! Vorwärts! Sofort! Ach, hier sind noch Händler. Wir werden uns aber auch kaum irgendwas Vernünftiges verkaufen hier. Ich kann es mir ja trotzdem mal angucken. Stehe bereit! Verstanden! Hier kann ich aber... das Zeug loswerden, was ich nicht mehr brauche. Mir nach! Bereits! Bereits! Ja, weil ich sammle gerade sehr viel Zeug auf, was fast nichts mehr wert ist. Könnt ihr theoretisch auch mal den Zauber verkaufen. Klappern wir mal die Händler ab, gucken, was sie so haben. Du bist ein Elementarmagier... Magier... Dann verkaufen wir dir das. Du bist ein Waffenhändler, also gucken wir mal, was wir dir so an Waffen verkaufen können. Ja, alles was 10 oder drunter ist, können wir theoretisch verkaufen. Denk ich mal... Denk ich mal... Ja, die Schattenklinge leider nicht. Den Titanhammer können wir verkaufen. dann... Chaos, Axt, die ganzen Coilen hier... Ja... So... Ja... Ja, hier fangen einhändige Sachen an. Und ja, die Eisklinge auch... Das war's auch schon... Hier... Ja... Alles andere ist Hörlevel... Gut... Das heißt, ich kann hier schon mal ein bisschen sortieren... Ich kann mir die anderen vier Händler noch angucken... Wahrscheinlich für die anderen Magiearten jeweils noch einer... Na ja, komm, verkaufen wir an die mal... Schilde... Und Rüstungen... Ja, die dunklen... Beinkleider verkaufe ich auch mal eine... Die Mönchskurte kann ich gar nicht verkaufen... Aber hier so diese Sachen... Ah, die glänzende Plattrüstung... Beide... Mal bei einer Kahn-Panzer kann ich verkaufen... So... Ringmäßig kann ich wahrscheinlich auch... Wenigstens... Den Einsiedler-Ring würde ich gerne behalten... Aber... Die kann ich verkaufen... Siegel der Ewigkeit behalte ich auch mal... So... Haben wir ein bisschen aufräumen können... Du siehst aus wie eine, die Weiß-Magie hat... Ja... Das heißt, hier kann ich die verkaufen... Du bist auch nur ein Rüstungshändler... Oh, stimmt ja... Du bist auch nur ein Rüstungshändler... Hast du vielleicht irgendeine... Nö... Nur schweres Falchion und... Ist mir zu teuer... Gut... Du siehst aus... Nach Mental-Magie... Weg mit der Mental-Magie... Du... Bist dann der mit der Todes-Magie... Ja... Das ist doch mal Geld... Gut... Auf mein Zeichen... Dann gehen wir jetzt erstmal... Sofort... Schnell... Und tun da... Alle Skelette und so töten... Bevor wir mit dem Hauptmann reden... Weil erst dann geht das Tor hier auch auf... Höchstwahrscheinlich... Für die Freiheit... Hier sind jetzt die etwas anspruchsvolleren Skilette dann... Zeit zu starten... Feindlicher Angriff! Haltet durch Männer! Stehe bereit! Verstärkt die Deckung! Achtung! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Zeit zu sterben! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Sie sind überall! Bist dann klar! Haltet durch Männer! Feindlicher Angriff! Zeit zu sterben! Schlagt sie zurück! Haltet durch Männer! Verteidigt euch! sie sind überall zu befehlen verzüglich beliebige magier 15 hier sofort keine schlechten schilde schnell so jetzt unten die tour dann da die und toten und dann gehen wir hier oben lang und von oben können wir uns ja ins lager zurück porten auf mein kommando folgt mir schnell heute übrigens gerade ich werde gerade auf hier bin ich irgendwie ich glaube ich immer irgendwie neben dem fenster wollte lesen heiligenstädte kartei und die wachfeste so ja okay bereit ja da unten ist gurim Auf meinem Befehl. Für die Rune. Feindlicher Angriff. Verschlägt die Deckung. Schlagt sie zurück. So, erst mal weg mit dem Totenmacher. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. So, weg mit der Schildwache. Schildwachennerven. Vorsicht! Verstärkt die Deckung. Kämpft! Haltet durch, Männer. Auf mein Zeichen. So, jetzt können wir hier oben noch weiter. Und los. Ja, folgt mir. Und ja, das ist der Stein, den ich da oben meinte. Schnell! Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Traugbahn. Gar nicht mal so schlecht gewesen. Schnell! Muss ich mal kurz gucken. Du kannst... Achso, dir haben wir ein Besseres schon gegeben. Okay. Und das ist eine zweihändige. Schade. Wobei es wahrscheinlich besser ist, wenn du was Zweihändiges trägst, was einfach mehr Önf macht, als wenn du geschützt bist. Jedenfalls im Augenblick. Hier! Sofort! Folgt mir! Zum Angriff! Zeit zu sterben! Haltet durch, Männer! Verteidigt euch! Schlagt sie zurück! Ach, da ist noch eine Truhe. Verstärkt die Deckung. Der Kuh zu Befehl. Zurück mit euch! Alles klar. Verstanden. Achtung! Verteidigt euch! Verteidigt euch! Verstärkt die Deckung! Zeit zu sterben!